Dann soll es noch was sagen, wenn man mitfällt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fahrrad die haben muss. Shitbox, auch nicht. Ja, oder? Das Kennzeichen. Hast du eigentlich auf deinem Daily auch Deo? Ja. Ja, das ist so cool. Läuft er jetzt wieder? Ich erzähle dir daher, wo das herkommt. Du hast einen Knüppsch drauf dreifach drin. Jupp. Soll ja anscheinend noch mal ein gutes Stück besser sein als das zweifach. Kann ich nur bestätigen. Wo du bei dem zweifach manchmal das Gefühl hast, du hast Eisenstangen verbaut und keine Dämpfer, dämpft das hier noch wirklich. Du hast noch immer die Serienbremse an der Vorderachse, ne? Ja. Die ist schon echt gut. Ja. Ja. Der Polo hat sich übrigens hinter mir fast gedreht in der Sabine-Schwitz-Kurbel. Jetzt, diese Runde. Gerade eben. Was für ein Polo? Neuer oder so einer wie meiner. Ne, mit dem wir gerade überholt haben. Achso, der. Sechs Räder. Ja. Ja. Kein ESP. Fährst du mit ESP komplett aus oder im Sport? Im Sport. Okay. War das damals bei der Wehrseifen-Aktion, war das auch im Sport? Ja. Nochmal gelb. Boah. Ist das eine GoPro oder eine Mew? Eine GoPro 8. Ah, cool. Ich dachte du hättest eine richtige Dashcam fest verbaut. Ne, ne, ne. Eine GoPro vorne nach 8, eine 5 nach hinten. Beide der Fernbedienung verbunden. Ja. Ah. Und die kannst du dann mit einem Klick beide anschalten. Ja. Oh, sehr cool. Ist das dann noch über eine spezielle Software oder ist das nur GoPro? Ne, was ich dann mache, die Videos mache ich mit Raceram nach. Das ist so eine Software für PC. Ne, aber ich meine jetzt im Auto die GoPros. Die sind dann nur mit einem Knopf drückbar. Ja, genau. Ah, cool. Okay. Hier liegt echt cool, ne? Kannst du nichts sagen. nicht. Ja, da. Ja, die sind dann auch hier. Und das war. Da oben zu, das war. Ja. Ja, da oben, da oben. Die sind alle, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute... Ich zieh den Kopf nach hinten. Das fährt echt schön. Hast du hier manchmal noch Flashbacks? Ja manchmal schon, ja. Nicht nur hier, auch da. Ah ja, ja. Ripped hit hier alles. So einfach hier, weißt du jetzt nicht. ich finde für die serienleistung gehen die schon echt gut das hat jetzt richtig gekostet, dass ich vor dem links hingehe, dann verlierst du so viel Geschwindigkeit trotzdem über 200 so 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 Es sind viele Jahres unterwegs. Es ist auch eine witzige Kiste, oder? Bist du schon in einem mitgefahren? Nee, musst du mal machen. Das ist echt lustig. Ich weiß nicht, ob du da gut reinpasst. Also ich kann mich mit dem Kopf ohne Helm abstützen. Ich muss mich da schief halten, auf dem Beifahrer sitzen. Die Lenz gibt wieder alles. Ich habe mitgenommen. Vielleicht sind es nicht so schön. Was ist das? Wie schon? Ich bin mal. Ich schief das mitgenommen. Ich bin mal. Warum? Ich bin mal. Ich bin mal. Du warst ein, was ich? Du warst. Ich muss mich mit dir nehmen. Und darauf schief. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist jetzt schade, ne? Das war aber schon echt gut, Kilometer mit dem Auto. Der hatte ja schon knapp 20, hab ich ja geklickt. Habt ihr nicht neu gekauft? Ja, das Wagen. Ja, ja. Richtig coole Wunde. Vielen Dank. Das macht echt Spaß. Man merkt ja einfach die Erfahrung an. Ich finde das immer mega angenehm. Das Auto macht das einfach aber auch wirklich leicht. Das muss man jetzt nicht sagen. Weil das alles so unaufgeregt funktioniert. Das stimmt. Das funktioniert einfach. Ich finde auch die Traktion aus den Kurven raus ist echt...